ich hatte noch eine geschmacksrichtung wie einfach schweißfüß oder so lange arbeitstag gehabt aber dennoch nicht den geruch verlieren es sind die awesome schweißfußgeruch was für die fischzucht was du hier oben jetzt veranstaltet nein das ist nicht die fischzucht das ist für titanium das mit der fischzucht geht ganz anders da muss ich ein riesen becken erstellen das obergründliche passieren wird irgendwo 5 2 schräg 5 2 schräg 5 2 schräg schräg drei in die tiefe ich komme was macht es eigentlich schon wieder unten hier das ganze hause ich bin noch gar nicht ich bin nicht blind ich bin ja 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 ich bin da blöd bei dir bist du ein jungelfoot ist das eigentlich normal dass sie die schafe mit ihr einmal ihre rolle ändern die farbe ja die sind auf drogen die jungs da kommt man schon zwei raus wie geil ist das denn wir haben pink iron oder alter welche ok du benutzt die beiden rechten nach die beiden linken ok dann einigen wir uns ja ok können wir das machen dunkel schön habe ich jetzt gefragt ich habe vergessen habe ich irgendwas gefragt habe ich fast keine ahnung was du wolltest ich brauche noch ein einmal hast du wieder vergessen agen doch genau ich weiß was ich gefragt habe timewood wusste das scheiße könnte gut gebrochen warum dunkel darum ja ja pech ne was beim suchen ich suche mit einer abgebaut und den setzlingen irgendwo weggeschmissen oder so statt von aus kriegst du keine setzlinger das sind diese bunten bäume da wo die uhr dran ist ich habe davon aber das ist meins das habe ich mir gefahren und ich nehme es mir aus sicherheit ausmachen es ist so gut wo die ganze farbe drin ist das ist auch irgendwie färben beschwimmen ja es ist heftig guck mal es gibt doch darkwood vom twilight forest ja oder macht ihr schon wieder oder machte oder machte doch eins aus biome plant ich sehe dies darkwood und schwarz holz schwarz ist die lacht wenn es in poppes krachten finde man noch geil dass man das so rum backt mit den texturen wieners was krachten ist scheiße ähm ich auch alt habe viel davon blattwood ja pick iron ist lustig man das kann so gut verwenden ja auch kein mensch das ganz einfach verballern okay erst mal rum geflogen auhranot gefunden schmielter 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 haben wir eine idee wollte ja nur vielleicht wenn er bock hat ich wundere mich gerade fehlt irgendwie eine vierte person ein laber einmal zwei laber aber meint bringt nix wenn er jetzt noch mitmacht er ist nicht ganz gesund ist er ja noch wir auch nicht er war eher wirklich wirklich krank so von so einem husten oder warte 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 schmerzen hals 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 druck kopfschmerz nasedicht ratio fahren ganz ehrlich das steht auf dem plakat ich hab mich so kaputt gedacht kann man so eine werbung rausbringen so black so normales stück black 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 deine aufgabe ist jetzt mal eben ja nichts ich brauche ich brauche kohle zum anheizen das definitiv was machen nichts verboten ist doch was verboten ist muss einfach bei zentos an der ender tank gehen eine pipe dransitzen und die erst mal bei dir erst mal irgendwo rein pumpen dort weit wird sowieso glaube ich passieren wird da ich kann kein laber ein top glaubst du kacke war breit muss ich den stelle ich mal ausmachen kurz ich hab gar keinen shader hier drinnen das kann ich auch nehmen das kreator dafür was ich machen ich hab den v4 ich habe ganze zeit ich kann das nicht ich weiß noch nicht muss die seite mal blockieren ganzheit von world of tanks krieg ich ganzheit werbung mann schleichwerbung für die 1000 euro bis zum nächsten mal was denn hier feierlack was für verschiedene solz gibt oh jetzt jetzt brauche ich kannst du richtig viel mitmachen quick ja das war nur strecken quaritstone quaritstone ich brauche limestone limestone ich muss aber nur gucken welcher und zwar nur limestone direkt oder oder musst du gucken ich glaube das ist der sogar limestone direkt muss gebrannter sein darf nicht kabel limestone sein das ist ja nämlich der betrug dabei ich glaube das ist normaler oder du musst ihn brennen ich muss ihn glaube ich brennen warum hab ich schon wieder einen stack koppelstone aufgehoben oh ne da ist gebrannter geil ne das ist geschisselter das ist nämlich auch das problem ich muss nämlich den geostrater nehmen oder? musst du gucken musst du gucken musst du gucken jetzt muss ich grad mal gucken den geostrater nehmen toll komperator bauen oder aua hör mal auf weil ich war die gefolge gerade am konzentrieren ja und das haben wir auch schon gemacht ich mach das aber nie extra ja ne hast du mir erzählt dass er mich damit genervt hat ja du bist irgendwas am machen und er bam das war gestern nacht ganz zeit gemacht mhm ich muss mich jetzt beeilen ich muss mich jetzt beeilen ich muss mich jetzt beeilen das ist schon schmunzeln ne schmunzelfehl? hm schmunzeln schmunzeln oh gott nein doch der nöt kaktus und hosen peule ich guck zum mond hoch und dann so'n klein buck 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 voll am rum buck nein lass es bitte den richtigen sein sonst das weiß ich auch nicht so hier vorne ist eh flash hast du was noch auf deinem hammer oder so auto smelting ne? oh yes kann ich den richtigen mal haben äh unmöglich warum ich muss was ähm ähm dingens ja auch kaktus green aber ich hab keinen bock jetzt da für extra den ofen zu benutzen weißt du noch wie groß wir die kartoffelfarm machen wollten black? äh ja von von auf jeden fall bis nach ganz oben das weiß ich nicht ja ne ich mein die kartoffelfarm die durchmesser die getrunken äh weiß ich nicht warum ne kartoffelfarm für was? ach das war im normal mein kraft ach so im ersten server wo chosen halt ne hallo centos hallo hallo oh bitte ähm reicht das? ich lerne das eh nie ne das ist eh nun mal krass 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 park krass 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 cede krass 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 Ah, ich muss das mal anders machen. Ja, ist klar. Ich muss die Hosen oder so ausziehen in der Hölle. Ja. Nein. Da müssen wir so kuschelig warm werden. So, da, da. Die sind doch so kuschelig warm, ne? Und dann fängt es an zu blenden. Ich muss mal eben was ausprobieren. Komm sofort wieder.